Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Arena. Das kleine Päuschen, was ich jetzt zwischen den beiden Aufnahmen, also dieser und der letzten, gemacht habe, war doch ein bisschen länger, weil das Essen entgegen, die auch da war. Und sagen wir den... Oh, hier haben wir einen Schlüssel. Können wir den irgendwie jetzt nehmen? Ja. Schauen wir uns mal, was hinter Tür Nummer 2 ist. Komm. Komm. Geh auf. Ah, okay, der ist magisch verschlossen, den kann ich nicht aufmachen. Okay. Und was damit? Den kriegen wir so. Okay. Und hier ist noch ein Steel Key. Jetzt haben wir zwei. Tür Nummer 2 müssen wir doch irgendwie aufkriegen, das. Das ist auch ein Schlüssel. Das ist ein Magical Held. Lock. Den kriegen wir so nicht auf, glaube ich. Okay. 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 Dann haben wir halt nur zwei von drei Schlüsseln. Ehh... Two must prove thy wadness to proceed to the underdark. The current answer will open the cell to the gold key which will open the portal. Rush not to answer mortal. The wrong choice will open the cell doors to the spiders. Ehh... As you near, the door itself speaks. Listen to my puzzle, foolish mortal, and prove that you are worthy of my service. If cell 3 holds worthless brass, cell 2 holds the gold key. If cell 1 holds the gold key, cell 3 holds worthless brass. If cell 2 holds worthless brass, cell 1 holds the gold key. Knowing this brave fool and knowing that all that is said cannot be true, which cell contains the gold key? Warte mal. 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 Ich glaube, Zelle 1. Hoppla. You hear the groon, metal is the cell doors dead, hold the spiders unlock. Hui. Okay, ich hab gedacht. Ja, schalten wir die mal aus. 20. An sich ist das schon ein bisschen geiler, weil wir jetzt nachdenken müssen. Da kommt schon der Nächste. So. Der hat auch nichts. An sich muss ich ehrlich sagen, ich feiere, dass man hier auch in alten Spielen auch noch nachdenken muss. Hier gibt's aber nichts. Ich hab auch jetzt geerwartet, die werden stärker. Mehr Spinnen hatten wir hier jetzt, glaube ich, nicht. Dann versuchen wir mal hier mit der... Mit der 2. You are correct, mortal. The key within cell 2 is yours. Hätten wir uns eigentlich auch denken können, weil... Das einzige, das hier so verschlossen war, so magisch verschlossen, hätte ich eigentlich wirklich denken können. Kann ich den jetzt auch nehmen? Na? Ich hab jetzt keine Ahnung, wofür ich jetzt die anderen beiden Schlüssel brauche. Du öffnest die Tür mit einem Gold-Key. Nice. Das ist das Portal. So. Äh. Ja, Freunde, ab ins nächste Dungeon. Gibt's hier noch irgendwie was? Ja, Skelette. Drei Stück sogar. Ach du Scheiße. So. Der hat nichts. Der hat einen Duckler. Duckler brauchen wir nicht. Aber jetzt haben wir noch zwei normale Schlüssel. Oh. Vor solchen Stufen habe ich ein bisschen Angst. Ich würde sagen, wir speichern hier einmal nochmal. Nicht, dass wir dann da gleich hängen bleiben. Äh. Zur... Nein. Boah, ich dachte, ich falle hier jetzt runter. Oh, das Spiel ist aber ordentlich jetzt am ruckeln. Jo, hier alles rot. Oha. Wo sind wir hier? Da will ich nicht reinfallen. Ich habe sogar ein bisschen Angst, die Wände zu berühren. Ich hoffe, ihr seht das nicht in der Aufnahme, wie das so am ruckeln ist. Aber bei mir ist das übel. Ist ja klar, dass die zwei jetzt hier kommen. Boah, Digga, 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 Digga. Vier Stück. Hallo. Boah, kommen so viele auf einmal. Digga. 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 Könntest du jetzt auch mal drauf gehen? Hallo. Bitte sagt, hinter mir ist keiner. Jo, auf einmal vier Stück. Der hat nichts. Der hat nichts. Der hat einen Stab. Okay, ähm. Wo müssen wir hin? Ah, okay, da müssen wir rein. Da hinten ist eine Tür, ein Eingang. So. A simple question for C. What is neither fish nor flesh? Teasers nor bone, but still has fingers and thumbs of its own. What is TIE answer model? A simple question for C. What is neither fish nor flesh? Teasers nor bone, but still has fingers and thumbs of its own. Ich bin gleich wieder da. Ich muss eben ein bisschen was versuchen rauszufinden, ja. Weil von selber komme ich glaube ich nicht drauf. So, da bin ich wieder. Ich habe mal wieder gegoogelt, weil ich selber zu dumm bin, auf die Antwort zu kommen. Aber Google auf eine sehr, sehr alte Seite bin ich gestoßen. Und da hieß die Antwort Gauntlet. Und jetzt ist es richtig. Ich würde sagen, hier speichern wir noch einmal, ganz kurz. Weil da drin soll ja jetzt der zweite, ne der erste Teil vom Stab sein. Oh, was ist das? Digga. Und wir sind gestorben. Okay. Wir haben aber zum Glück hier gespeichert. Zum Glück. Das heißt, der kommt aber trotzdem wieder. Oh. Und. Ich brauche noch healing, brauchen wir. Was ist das denn jetzt? Was war denn das überhaupt? Äh, the hellhound has nothing usable. Hellenhund. So. Aber das ist der erste Teil vom Stab des Chaos. Wir haben es geschafft. The first piece of the Stab of Chaos flashes once before turning to a dull piece of Ebony in your hand. You can feel a perceptive grubbing as a waiting to be connected to the other seven pieces. Die Tür ist zugegangen. So. So. Hier auch noch einmal. Weitere. 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 Wir haben jetzt darauf hingewiesen, dass das Spiel dann auch mal abstürzt, wenn man einen Teil davon hat. So. Wir haben hier aber nichts mehr verloren, deswegen gehen wir jetzt zurück. So. 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 If you could a re этому quer Aua. Aber gleich gegen beide. Dinger, geh endlich drauf. Oh nein, der hat's geschafft. Scheiß Spinne. Nice. Äh, ja, der hat nichts. Schade. Und Langschwert wieder. So, hier nochmal Gold. Hier auch nochmal. Oh, nein. Der kann nichts mehr tragen. Ah, auch nicht. Können wir irgendwas wegschmeißen? Was wir denken, dass vielleicht wertlos ist? Hm, die haben wir jetzt überall eigentlich nur plus 1. Warum? Äh. Ich glaube, das hier ist nichts wert. Äh, nein. Den wollen wir trocken, ja. Was ist das? Ich glaube, oder? Ja, ich glaube, die können doch wert sein. Aber wir wollen den hier wieder. Was ist Mark? You can only equip one Mark. Okay. Und was ist Crystal? Ah, okay. Fauen wir uns mal an, was Mark macht. Hier macht er nichts. Dann lassen wir einen trotzen. Egal. Wer macht nichts? Wer macht nichts? Und wir lassen auch mal einen drauf. Welt. Wer macht alles minus? Okay. Fork. Macht auch nochmal minus. Ach, du Scheiße. Amulett. Macht auch nochmal eins weniger. Und hier. Oh, ne. Können wir verkaufen. Staff Pieces. Ach so, okay. Ja, das ist unser... Aber wir sind schon wieder fast bei 20.000. Oh. Ich lasse mir raten, dass unser Tanto... Ja. Können wir jetzt hier irgendwas mitnehmen? Nein. Wenigstens das. Nein. Egal, dann nehmen wir den Tanto wieder mit. Egal. So, wo müssen wir hier nochmal entlang? Wir können links oder rechts rum. Wir haben aber auch ganz schön viel hier noch nicht entdeckt. Ich muss sagen... Wir gehen hier mal rum. Oder vielleicht... Hier? Ich will nicht immer nur in diesen Schächten hier rumlaufen. Ah, okay. Den Weg kennen wir schon. Da hinten. Also gehen wir da lang. So, was war das? Und wo kommt der? Dies Geräusch. Oh, gleich ganze 2. So. Ein Dagger. Die sind aber nichts wert. Hoppla, das war nicht das Richtige. Hallo. Wollte ich hier gucken. Hier geht's auch nicht mehr weiter. Das heißt, wir müssen wieder diese Tunnel nehmen. Nehmen wir dann den, den oder den. Okay, wir nehmen den ersten, der hier ist. Den hier. Mal schauen, wo der uns hinführt. Ja, komm geh hoch. Ah. Bleib oben. So großen Raum wieder. Okay, sieht aus, als könnte man da eigentlich durch, aber anscheinend doch nicht. Ah, wo sind wir hier? Ah, das ist wahrscheinlich der hier. Der Weg. Na, ich geh mal hier lang. Was haben wir hier gefunden? Was ist das? Boah, wenn das jetzt eine große Schatzkammer ist. Boah. Schnell, äh. Feeding? Nein. Komm. Wo sind wir hier? Da ist noch ein... Ach, nö. Komm. Nochmal Healing. Endlich drauf. Schnell, schnell. Heilen. Ach, noch einer. Und wieder. Ja. Wenigstens voll. Ich würde sagen, noch einmal kurz Zwischenschweichern. Ja. Ah, wieder ein Daedrach rein. Hier. Welt. Claymore. Okay, Claymore können wir nicht mehr mitnehmen. Mark, Iron Longsworth können wir auch nicht mehr mitnehmen. Aber wenigstens können wir Mark Ruffalo mitnehmen. Immerhin. Ach, nö. So, der ist tot. Ach, nein. Nochmal drei. Äh, zwei. 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 Ah, okay. Beide tot. Sieben Gold. Keine Ahnung, was Spinnen mit Gold machen. Und. So. Wo sind wir hier jetzt? Warum ganz weiter Weg jetzt auch wieder zurück. Aber den wissen wir noch finden. Ist. Keine Ahnung. Ich hoffe nur, dass wir nicht noch mehr Spinnen hier begegnen. Boah. Kommt er einfach aus dem Dunkeln. 56 Gold. Immerhin. Immerhin. Und da ist noch einer. Den konnte ich aber schon von Weitem sehen. Also der hat mich jetzt nicht erschrocken. Digga. Tu mir mal einen Gefallen und geh einfach drauf. Und der hatte nichts. Ach. Du schon wieder. Digga. Stib doch einfach. Er hat nichts. Hier gibt es auch keinen weiteren Weg raus. Nur den einen Eingang. Das heißt, den Weg müssen wir wieder zurücknehmen. Aber immer diese scheiß Gule. Ach, nö. Ach, nö. Aber immerhin. Immerhin umgelegt. Können wir eben nochmal einen Heiltrank nehmen. Dann gehen wir hier mal lang. So viel mehr entdecken will ich jetzt auch nicht mehr. Oh. Der hat aber gar keinen Schaden an uns gemacht. Wo wollen wir lang? Vielleicht doch noch ein bisschen erkunden. Und hier fehlt uns noch so viel. Wie viele Heiltränke haben wir noch? Heiltränke noch 36. Ja, könnten wir eigentlich rein theoretisch noch ein bisschen erkunden gehen. Und wir sehen das Skeletten an. Und wir sind wieder hier. So. Wenn wir hier durchgehen. Kommen wir wahrscheinlich hier hinten an. Also, lass mal da durch. Minenschacht E. Jetzt irgendwo wo? Ah, hier. Okay, der hat mir gerade versucht auch... Oh, das sind sogar zwei. So, der hat nichts. Der hat nur ein Dolch. So, wo sind wir jetzt? Ach, wenn man in der Mitte drückt, dann kommt man zu sich selber. Ah. Ich würde sagen, wir gehen zuerst Süden. Und gucken uns da mal ein bisschen um. Süden ist dieser Weg. Ach, nö. Ich hasse Spinnen. Gleich drei Stück. Ja, die Spinnen hatten nicht. Und hier gibt's auch nix mehr. Also, Richtung Norden wieder. Mal gucken, wie viele Spinnen dann da kommen. Schön viele. Aber, wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao. Ich bin's, ich bin's, ich bin's. Ich bin's, ich bin's, ich bin's. Ich bin's, ich bin's. Ich bin's, ich bin's. Untertitelung des ZDF, 2020